Das ist kurz nach der 7. Die erste Morgen. Wir sind jetzt Deez & Deez, Rekognosziierung und Ambi. Die Dreharbeiten. Geplant ist, dass wir ab dem Mittag drehen könnten. So sieht der Wetterbericht aus. Ab Mittag, so zieht es wirklich mehr an. Im Moment hat es aber noch relativ viel. Jetzt gibt es zuerst mal Kaffee. Umreissen zu wenig nach. Es geht los. So, jetzt werden Schuhe gewechselt. Wir steigen von Trekking-Schuh um zu Fischerscheinen. So etwas gehört jedem. Jeden Produktionspass. Muss ich an. Ja. Ja. So, jetzt ist die Kamera. Unlaut. Es sind schwerer Platz, wo wir da drinnen sind. Die Luftkriege. Wasserabwehren. Und die Wasserabwehren. Und die Wasserabwehren steigen. Wir sind hier oberhalb von Decentis. Wunderschön. 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 Das ist die drei Orte des Jahres. Das soll noch jemand sagen. Viel müssen wir nicht hören. So, jetzt sind wir also da im Feriendorf des Decentis. Das Wetter hat sich wesentlich verbessert. Und dadurch ist auch alles zusammen sehr viel angenehmer geworden. Wenn es schönes Wetter ist, ist es hier wirklich ganz schön. Jetzt musst du frischen Salat. Das tut gut. Das war es. Unser erstes Dreitag in Decentis. Viel schöner als wir gedacht haben. Unser nach dem Goldwäscher war super. Jetzt wäre die Dorf schon cool. Und... Ja, jetzt gibt es noch die Nacht. Und morgen geht es dann weiter Richtung Bergünen. Geisskäse auf die Hals mit Humming. Dazu gibt es einen jungen Salat. Mit grössten Monteln. Und... Paprikosen. Gut. Ich danke dem Gott. Du hast einen schönen guten.